Geduld, na, ich möchte das jetzt fertig haben. Hm, 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 da dran, da dran. Yay. So. Wo ist mein Axt? Da, so. So, so, so. So, 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 so. Das kommt hier hin, das kommt da hin. Komm schon. Ich hab's gleich. Wenn der Cable Stone jetzt nicht reich, reicht, dann. ich habe auch nichts mehr egal ich mache hier schon mal hoch da hier 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 ein bisschen hier von ein bisschen da weg zack da da nein ja sauber ähm kabel ist um holztuch mal rein brauche ich jetzt erstmal nicht viel zu nehmen schmidt den rest lasse ich die erwarten vielleicht für den hund ok der hat einen steifen da kann ich auch glatt mal ein bisschen von also den kabel stone da rein tun denn clean stone brauche ich noch für was seht ihr denn kein furcht am bau hier ja trage ich mal ein bisschen erde ab damit hier damit das besser passt so wer war das ach so ach so ich hab hunger so 1,2,3,4 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 2,4,4 doch ich glaube das kann man so machen er hat so meint das Joa können wir gleich als nächstes mal die ganze Holzbrücke weg machen allerdings romantisend 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 ich hab kein Holz doch noch genug und sogar noch ein bisschen Rohholz glaube ich so so ich mach jetzt erstmal einen Cut im Moment die Kiste muss ich beim nächsten Mal sowieso um umräumen weil die hier im Weg steht ja werde ich da noch sehen also bis zum nächsten Part wo steche ich mich hin nein hier ist mir zu gefährlich bis zum nächsten Part tschüss